Der Grüne Salon e.V. ist Initiator und Träger der Spiegelarche. Irritation Welcher Realität sollen wir vertrauen, wenn soziale Medien, Fake News und künstliche Intelligenz beginnen, unsere Weltanschauung zu prägen? Die Spiegelarche wird selbst Teil der Ausstellung, verstärkt und erweitert die Irritation und setzt die Kunstwerke mit ihren Spiegelungen in den Kontext zur realen Natur- und Tierwelt. Ein Espresso aus Rindermist, Eis am Stiel aus entarteter Kunst, ein Spaziergang durch den Darm von Karl Marx, das Huhn Heinrich und schwebende Quallen sorgen an der Spiegelarche für Irritation.